Wir haben alle verfügbaren Kräfte gesammelt. Die dunkle Horde wird vor uns in der Hauptstadt sein. Wir müssen Denerim also möglichst schnell erreichen. Das Leben unzähliger Seelen steht auf dem Spiel. Wir dürfen sie nicht aufgeben. Ihr habt eine Armee um euch geschart als Ersatz für die Gefallenen in Ostagar, Grauerwächter. Beten wir, dass sie stark genug ist. Wir stehen Auge in Auge mit der Horde der dunklen Brut. Seht sie an mit festem Blick, aber fürchtet sie nicht. Die Frau, die hier neben mir steht, ist eine Zwergin. Eine Zwergin im Rang eines grauen Wächters. Und obwohl dies nicht ihre Heimat ist, kämpft sie doch ehrenhaft und voller Leidenschaft. Sie hat alle Widrigkeiten überlebt. Und ohne sie wäre heute keiner von uns hier. Heute werden wir Denerim retten und den Tod meines Gemahls eures Königs sühnen. Für Kaelin. Aber vor allem werden wir den grauen Wächtern heute zeigen, dass wir uns ihres Opfers voller Hochachtung erinnern. Für Ferelden. Für die grauen Wächter. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin jetzt am Dich, mit 6, 13, 4, und dann die Ebel auf den Boden! Oh, oh. Oh, oh. Ihr habt doch sicher einen Plan. Die Armee wird ihnen nicht lange standhalten. Wir müssen schnellstens zu diesem Erzdämon. Geht mit Alistair und höchstens zwei Begleitern in die Stadt. Der Rest bleibt hier und verhindert, dass noch mehr Wesen der dunklen Brut in Denorim einfallen. Eine größere Gruppe würde nur Aufmerksamkeit erregen. Und ich denke, ich weiß, was wir tun müssen. Wir müssen einen hohen Punkt der Stadt erreichen. Die Spitze von Fort Drakon zum Beispiel. Die... was? Wollt ihr den Drachen anlocken? Wir haben keine andere Wahl. Aber ich wanne euch. Sobald wir die Bestie angreifen, wird sie alle ihre Generäle zu sich rufen. Ich spüre in Denorim zwei Generäle. Vielleicht solltet ihr sie töten, bevor ihr nach Fort Drakon geht. Eines ist sicher. Wenn wir diese Generäle erschlagen, bleibt den Bewohnern der Stadt sehr viel Leid erspart. Die Suche könnte aber auch wertvolle Zeit kosten. Die Entscheidung liegt bei euch. Im Augenblick ist keiner der beiden in der Nähe von Fort Drakon. Allerdings ist die dunkle Brut zu zahlreich, um mehr zu sagen. Einige Einheiten unserer Verbündeten sind schon in der Stadt. Sie werden euch helfen, wenn ihr sie ruft. Allerdings ist ihre Kampfkraft begrenzt. Also, wen wollt ihr in die Stadt mitnehmen? Ja. Ja. Unbedingt. Also gut. Alle anderen werden hier gebraucht, um die dunkle Brut an den Toren aufzuhalten. Aber wer soll sie anführen? Habt ihr schon jemanden im Sinn? Das wird sicher lustig. Gut, das müsste reichen. Alles, was war, ist nichts, gemessen an dem, was euch jetzt erwartet. Der Erbauer sei mit euch. So, das ist es also. Nein, nicht mehr. Sicher nicht. Ihr habt einen Trunkenwold aufgenommen. Eine Schande für die Krieger von Orsamaal. Ihr gab mir einen Grund zu kämpfen und den Willen weiterzumachen. Dank euch habe ich die einzige Frau in dieser verdammten Welt gefunden, die es mit mir aushält. Und ich kam über Brunker hinweg, sodass eine neue Gefährtin möglich wurde. Ich schulde euch eine Menge Wächter. Es ist mir eine Ehre für euch und eure Sache mein Leben zu geben. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich würde ihr auf nichts setzen. Möge der Stein sich rot färben vom Blut der Helden. Heute werdet ihr den Krieger sehen, der zu sein, ihr mich gelehrt habt. Der Erzdämon ist der Nächste, richtig. Nun, dann viel Glück dabei. Seid ihr bereit? Der Feind wartet. Bescheren wir ihm den Tod, den er uns zugedacht hat? Es ist kein Platz für Zweifel. Jetzt sind wir hier. Wir werden das Feld stürmen und gemeinsam unseren Feind fallen sehen. Geschafft. Das Ende liegt vor uns. Wir sind so weit gekommen. Schon seltsam zu wissen, dass sich unser aller Schicksal binnen weniger Stunden entscheiden wird. Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Kehrt unbeschadet wieder und möge der Erbauer auf euch herabrechen. Wir betreten die Stadt also gemeinsam, wie es auch sein sollte. Sobald das hier vorüber ist, gehe ich, ungeachtet des Ausgangs. Das ist euch doch klar, oder? Das hielte ich nicht für klug. Eines möchte ich noch sagen, bevor wir losziehen. Ich wusste nichts über Freundschaft, bevor ich euch traf. Und eine Freundin werdet ihr für mich immer bleiben. Führt ein gutes Leben, werte Freundin. Voller Ruhm und Ehre. Und jetzt, lasst uns das alles zum Abschluss bringen. Der Erzdämon wartet. Bevor wir uns dem Erzdämon stellen, möchte ich euch etwas sagen. Ich weiß, dass Morrigan uns angeblich retten wollte. Aber kann man ihr denn vertrauen? Und werden wir überhaupt lange genug überleben, um den letzten Schlag führen zu können? Darum möchte ich euch einfach sagen, dass es mir eine Ehre war, an eurer Seite zu kämpfen. Dann lasst uns diesen Erzdämon finden und ihm in seinen breiten Hintern treten. Ihr trennen sich also unsere Wege. Ich soll das Ende nicht an eurer Seite bestreiten dürfen? Oh, jetzt macht ihr euch Sorgen um meine Gesundheit. In Wahrheit würde ich an eurer Seite sogar die dunkle Stadt selbst erstürmen. Ohne jeden Zweifel. Grausam bis zum Schluss. Das hier könnte die Antwort auf die Frage geben. Erledigt diese gottlosen Bastarde! Wir zählen auf euch, Wächter! Der Erbauer möge euch beschützen. Ich Differenties' Dassi ihr seid für immer insecure, er macht es die Quartier ab, und selbst immer noch ein식nelles aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017